Hallo meine Lieben da draußen, ich habe einen Haul für euch und bevor ich mit dem ganzen Kladradage anfange, möchte ich einmal die Lilith grüßen. Das war gerade mega witzig. Ich war bei uns beim Kaufladen einkaufen und ich habe sie irgendwie, sie ist mir aufgefallen, weil sie so Rasterzöpfe hatte, aber die nicht eng anliegen waren, sondern die hingen wirklich ganz normal runter und in dunkelbraun und blond. Total auffällig und total cool eigentlich. Also ich fand, es stand ja sehr, sehr gut. Ja und es ist mir aufgefallen, so und ich dann beim Bananen einpacken, abwiegen klar und dann gucke ich mir dann irgendwas, was war das denn? Äpfel habe ich mir gerade angeguckt und auf einmal steht die vor mir und ich denke so, und sie, hallo? Ich so, hallo? Kennt ihr diesen Smiley bei WhatsApp, diesen rot werdenden und so mit großen Augen, genauso stand ich vor ihr. Und sie so, bist du nicht Zitronella-Wackelstein? Ich so, ja, Hilfe, ja, bin ich. Und wir haben uns noch unterhalten, dass sie die Erste ist, die mich anspricht und ja, sie kennt mich aus der Schulklasse von meiner Schwester, die natürlich niemals erwähnt hat, dass es da jemanden gibt, der meine Videos guckt und ja, total cool eigentlich. Hier bist du gegrüßt, ich wünsche dir einen tollen Start ins Neue Jahr, euch anderen natürlich auch, aber ganz besonders Lilith. Und ich freue mich sehr, dass sie mich angesprochen hat, besonders bei so einem, ich gehe mal Samstag einkaufen. Was ich aber von, nee, für euch habe und bevor die liebe Lilith mich angesprochen hat, eingekauft habe, zeige ich euch jetzt. Also ich war, bevor ich beim Kaufland war, war ich noch bei uns in der Stadt und brauchte mal wieder so ein paar Sachen. Klamotten habe ich einige gekauft und aber auch, ja, so ein paar, aua, so ein paar Alltagssachen, beziehungsweise seht ihr jetzt gleich. Ja, genau, ich war bei uns im Teddy und zwar habe ich bei Instagram letztens gepostet, dass ich Bilderrahmen goldgestrichen habe. Das sind so kleine solche von Ikea. Die wollte ich aufhängen, ich habe aber nur so mega lange Stahlnägel und ich dachte so, das sieht ein bisschen doof aus, wenn das Bild so weit von der Wand entfernt hängt. Ja, hängt heißt das. Und dann habe ich mir so unterschiedliche Größen bei Teddy gekauft. Ein, also das sind 80 Stück in vier Größen und die haben 1 Euro gekostet. Da. Und, ähm, ja genau, die oder die hier oben habe ich halt zu Hause und, äh, oder jetzt hier und, ja gut, mein Gott, du kannst nicht aussortieren, nur 1 Euro und gut ist, ne? Ja. Und damit hänge ich sie dann nachher auf. So. Und dreimal habe ich mir so kleine Einweggläser geholt. So sehen die aus. Die haben so, also so Tick, Tick und Track habe ich direkt gedacht. Also blau, Rang und Grün. Ähm, ich hatte, ich glaube Ende November, Anfang Dezember habe ich Vanillezucker angesetzt. Also ich habe ganz normale Vanilleschote in die Mitte eines Glases gestellt oder gelegt und da normalen Zucker drauf. Und, ähm, ja jetzt, das steht ja jetzt knapp einen Monat. Ich habe meiner Mama schon was zu Nikolaus abgepackt, dass sie sagte, oh, dass das, also dass das Aroma schon total aufgenommen wurde. Ich denke, jetzt ist es noch extremer bzw. intensiver. Und die wollte ich hier halt abfüllen. Ich habe noch ungefähr den, den Rest, den ich jetzt da in dem Glas noch habe, passt wahrscheinlich hier rein. Und das kann man ja immer verschenken. Also Zucker wird nicht schlecht und, ähm, ja, perfekt. Die haben jeweils 75 Cent gekostet. So. Und dann war ich beim H&M und habe mir als allererstes für 15 Euro richtig süßes Oberteil geholt. So sieht das aus. Und ich glaube, das ist voll meins. Ich glaube das total. Ähm, leider gab es das nicht mehr in L. Ach doch, was war das denn? Dann habe ich es wieder weggepackt. Weiß ich nicht mehr. Nee, 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 das war bei C und A. Kommt gleich noch. Ja doch, also es ist auf jeden Fall 42, sollte sehr, sehr gut passen. Und, ähm, ja, dieser Stoff ist total cool. Also, da ist Baumwolle auf jeden Fall mit drin, ansonsten hätte ich es nicht gekauft. Ähm, äh, warte mal eben. Blablabla, da ist hundertprozentig Baumwolle drin. Nein, nicht. Das ist so viskos, viskose? Vis, vis, viskos? Keine Ahnung. Halt dieser Stoff, der kühlt, finde ich sehr. Und, ähm, aber dieses Muster ist so... Ja, schön. Ich finde das ein bisschen osteuropäisch. So Polen, Rumänien, ich weiß nicht warum. Aber ich finde es toll, weil ich werde ganz häufig für eine Polin gehalten. Und, ja, das unterstützt dann einfach nochmal. Wenn ich Polen unter meinen Zuschauern habe, wie sieht das aus? Habe ich Ähnlichkeit mit, oder ähnele ich euch, euren Landsleuten? Und ich finde so, jede Nation hat so ein bisschen, ähm, ja so seinen Ausdruck im Gesicht. Und, ja, sag mal. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann habe ich natürlich, wie soll es auch anders sein, wieder was für einen Sport gekauft. Ich finde neue Sportklamotten motivieren ungemein. Und, ähm, ich habe schon eine, eine Sporthose. Das ist eine Laufhose, die sich aber trotzdem anwendet. Es ist ein bisschen zu kalt. Also jetzt zum Beispiel, ähm, auch im Fitnessstudio. Ähm, die habe ich daher. Das ist die mit den, ähm, wie heißt denn das? Mit den orangenen Streifen und dem Reißverschluss hinten. Den mache ich natürlich nie auf, weil ich bin zwar ein 90er Kind, aber Backstreet Boys und hohe Plateauschuhe sind vorbei. Ja, die habe ich daher. Und, ähm, einen, der ist aber schon älter. Einen grünen Sport-BH. Und, das ist ein hellblaues Sport-Oberteil. So, wo wir dann bei Oberteil sind, habe ich für 9,99 Euro dieses Türkise. Das ist ein echt viel grüner. Vielleicht auch nicht. Das habe ich mit, ähm, so einem orangenen, mit einer orangenen Naht hier hinten. Auch wieder mit diesem Sport-Ausschnitt habe ich mir zugelegt. Ich bin mal gespannt. Also, was ich bei diesen Stoffen halt doof finde, ist, wenn man noch nicht so gut trainiert ist, ähm, dann zeichnen sich da so ein paar Speckröllchen ab, wenn die Hose ein bisschen enger sitzt. Ja. Und das muss ich mal ausprobieren. Ansonsten nehme ich es fürs Homeworkout. Bis ich dann soweit bin. Ja, 9,99 Euro. Und jetzt kommt aber irgendwie mein gefühltes Highlight. Warum auch immer. Nein, ich weiß warum, aber das, ähm, wisst ihr da wahrscheinlich auch. Ich krempel das mal eben so um, dass ihr, ähm, auch den richtigen Eindruck habt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es mir, dass er mir zu groß ist. Es ist L, ja, ich weiß, bla, und du trägst 42. Ähm, es ist aber ein Sport-BH. Und so sieht der aus. Und, ähm, der ist, ich finde vom Bund hier unten sehr, sehr weit. Und ich bin relativ schmal hier oben, um die Zeile, beziehungsweise um die Brust, ähm, also Brust unten unter Umfang, was weiß ich, wie man das nennt, äh, mal sehen. Äh, weil ich möchte nicht, dass es rutscht, weil ich bin ja auch häufiger mal auf dem Stepper und, ähm, naja, wenn das dann aussieht, als würde ich gar keinen BH tragen, ähm, sorry, nee, aber dann bringe ich den lieber zurück. Ich probiere den mal hier zu Hause an und ansonsten bringe ich den zurück und hole mir M, weil man macht ja nicht Sport, um so zu nehmen. Also ich nicht, natürlich. Einige schon, klar. Ähm, der ist schon schmutzig. Ja, dann muss ich den auf jeden Fall anprobieren. Wenn der nicht passt, bringe ich den auf jeden Fall zurück. Ähm, ansonsten wird er halt normal gewaschen, um Gottes Willen. Äh, eine Frage an euch. Genau, das wollte ich, äh, immer nochmal fragen. Immer nochmal. Die schwirrt mir so, diese Frage schwirrt mir schon seit Anomov im Kopf rum. Nein. Äh, wie macht ihr das mit neuen Sachen? Wenn ihr die direkt anziehen wollt, wascht ihr die trotzdem vorher und sagt euch, nee, geht nicht? Beziehungsweise wascht ihr eure neuen Klamotten allgemein vorher, bevor ihr sie tragt? Oder, ähm, oder, ja, sonst, tragt ihr sie direkt? Also ich kann das nicht. Zum Beispiel, also, doch, solche Schals oder so, das geht, ähm, weil die meistens ja nicht direkt auf der Haut liegen. Ähm, aber Hosen, Oberteile, Socken, Unterwäsche, auch gar auf jeden Fall. Also alles, ich wasche, glaube ich, alles. Wirklich. Ja. Ich kann das, glaube ich, nicht haben. Nee, ich kann das nicht haben. Außer so Schals oder Tücher oder so. Mein Gott, wenn, wenn das dann einmal so ist, ist es auch grenzwertig, weil ich finde, man riecht diese Chemie da drin immer. Äh, aber, gut, wenn das dann einmal ist, ist es in Ordnung. Nur, ich fühle mich total unwohl. Das kann ich euch sagen. So schön das Kleidungsstück auch sein kann, ähm, für mich ist das dann irgendwie komisch. Ist es dann nicht meins? Ja, genug rumgeheult. Ich habe da natürlich noch was für euch. Ich war auch bei C&A und die haben noch Weihnachtstüten. Ist ja schrecklich. Ähm, und da, genau, hier hatte ich das nämlich, dass das Oberteil, das gab es nur noch in M. Ich weiß ja nicht. Gerade braucht es Sinn noch, dass ihr den Sportbeherr nicht in M gekauft habt. Ja, egal. Ähm, das ist diese Bluse und die hat total das schöne Muster. So sieht das aus. Ich finde das mega edel. Aber wenn ich mir das, hm, könnte knapp werden. Aber ich finde, äh, auch das könnte mir ganz gut stehen. Probier ich natürlich alles nachher an. Ähm, hat gekostet, ist von 15 Euro auf 9 Euro reduziert worden. läuft. Und dann gab es noch ein reduziertes Teil, das ist von, auch von 15 auf 9 Euro reduziert worden. Ist etwas Dunkelblaues. Ich trage sehr selten Dunkelblau, weil ich finde, das macht meine Lippen zu rot und mein Tarn zu blass und meine Haare gelb. Toll, ne? Und warum kauft sie sich das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich fand es mega schön. Und, ähm, im Sommer, glaube ich, geht das auch. Wenn ich wieder Sommersposten bekomme äh, und ich so ein bisschen mehr vom Porzellan Teng weg bin, geht das, glaube ich. Das ist das Oberteil. Ähm, das ist bis, ja, mh, bis Mitte der Schulterblätter ist das mit Schöpizze. Und hat so drei, ja, ne, normale Ärmel ist hier unten. Seht ihr das? Da? Ähm, es hat da so ein Bund, was ich nicht so gut finde. Warum kauft sie sich das? Ja, ich muss es einfach mal angezogen sehen, ähm, um ehrlich zu sein, ich hasse Klamotten anziehen im Laden. Deswegen bin ich so ein typischer Mensch von ach, nimmst du mal mit, guckst du, ob es passt und dann verschludert sie eh den Bon oder ähm, ich vertrödel die Zeit und dann kann ich's nicht mehr zurückbringen und dann kriegt's meine Schwester oder ich zwäng mich rein. Ja, und dann gab's noch ein Holzverleihemd. Weihnachten ist vorbei, aber hey, ein Holzverleihemd muss es sein. Hier, so sieht's aus, ist mit dunkelblau, dunkelrot und dunkelgrün. So, und, oh, das schluck gerade mega den Weiß abgleich, aber hey, so. Ja, macht mich super schön blass, aber ich finde das sehr schön. Mir steht nämlich dunkelrot sehr gut und, ähm, das ist so ein richtiges Flanellhemd. Mit meinem Bizeps kann ich dann hacken gehen, Holz hacken. Ja, ach so, was das gekostet hat, das war, glaube ich, auch reduziert. Ja, wieder von 15 auf 9, wisst ihr Bescheid. Ja, das war das von den Specials und jetzt kommen noch zwei Basic-Oberteile und zwar mit Organic Cotton. Ja, wisst ihr Bescheid. Einmal ein Weißes Basic-Oberteilen, ähm, was bei mir ganz wichtig ist, dass es ein bisschen Ausschnitt hat. Ich habe normal, proportional, normal, für mich, weiß ich, weiß ich nicht, für meine Größe proportional passende Brüste. Meine Oberweite passt einfach zum Rest, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall, ähm, finde ich das ganz, ganz grausam, wenn man sich erstens nicht erklären kann, so wie es bei mir war und wenn der Ausschnitt, also, oder wenn, wenn der, ja, Ausschnitt, wenn es den gar nicht gibt, weil dann, ja, dann trägt das nochmal auf und, ähm, ich fühle mich so unwohl. also, ich brauche immer, ich brauche immer, ich brauche immer irgendwie so ein bisschen was an Freiheit am Hals, ähm, was ich dann eben im Schal bedecke, aber hey, äh, aber ich, ich weiß nicht, ich mag dieses Hochgeschlossene überhaupt gar nicht. so, äh, das gab es in weiß und natürlich einmal in schwarz, weil, seht ihr, schwarz steht mir, finde ich, ganz gut, ich habe nicht viel schwarz im Kleiderschrank, aber ein zweites Basic-Oberteil in schwarz, finde ich in Ordnung, äh, ja, und das war's. Achso, die beiden Sachen haben, äh, jeweils sieben Euro gekostet. Äh, ja, genau, das war es jetzt wirklich. Ich gehe jetzt Wäsche waschen, werde den, ähm, Vanillezucker umfüllen, aber bevor ich waschen gehe, werde ich die anderen beiden Sachen nochmal auf jeden Fall anprobieren. Nicht, dass da irgendwie was schief geht und, äh, dann lege ich mir das irgendwie in den Flur mit dem Bon drauf, damit ich das nicht vergesse. Ja, das war es von mir und, ähm, rutscht gut ins neue Jahr, meine Lieben. Und, äh, ja, ansonsten, ich, ich sagte ja schon bei meinem letzten Video, was, glaube ich, nicht so gut ankam, macht aber nichts, das sind ja Geschmäcker, dass das mein letztes Video dieses Jahr werden wird. Nein, dieses ist wahrscheinlich das letzte Video im neuen, äh, im alten Jahr. Kann ich, also gehe ich sehr, sehr stark von aus, weil ich glaube, da kommt nicht mehr viel. erstens an Tagen und zweitens von mir. Gut, dann sage ich Adieu, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ansonsten, ähm, wir werden uns vor dem neuen Jahr auf jeden Fall nochmal bei Instagram sehen. Ida poste ich ja täglich auch mal zwei Fotos. Ich versuche mich so auf ein Foto zu beschränken, damit das, damit die Bilder nicht zu viel werden. Ich finde, wenn man zu viele Bilder hat, kann man sich, ähm, ja, es ist erschlagend, weil man postet ja doch häufig seine eigene, sein eigenes Antlitz. Ja, bis dann. Tschüss meine Lieben.